Okay, das sieht nach einer normalen Sauf-Party aus. Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Oh, chill, Bruder. Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich... Was mach ich denn jetzt? Was mach ich nur? Wer ist das? Hab ich mal hingeschickt? Hab Bober die Moneten für euch selbst genommen? Ach, was mach ich denn jetzt? Was mache ich nur? Ich hoffe, er erschießt mich nicht. Der Barkeeper sollte leben. Der Barkeeper lebt immer. Ja, er wird mich nicht erschießen. Ganz bestimmt nicht. Ich geh mal. Nach so einer Sauferei hier. Kann man auch gehen. Er war nett, komm. Er hat uns alles verraten, was wir gebraucht haben und jetzt können wir gehen. Und wenn er auf uns schießt, töten wir ihn. Das ist ja die Regel. Alles, was er auf uns schießt, wird getötet. Hört ihr das? Da kann China spüren, dass die Gläubigen hier sind. Höh! Ich höre an, dass es vor dem Tag von Gottes Zorn angeblich keine Dämonen gab. Aber das halbische Elektrizität war bis überall. Und jeder hat sie benutzt. Ist das was der Janitschke? Ja, so war das. Hast du sie benutzt? Klar. Du hattest keine Angst vor Gott? Rulett, der Barkeeper. Hey. Alles okay. Oh oh. Bruder, ihr werdet gleich sowas von gegrillt. Oh. Hier drinnen passiert nichts. Steh uns bei und erwarme dich unser. Wenn du leidest kaum von uns ab und lenke ihn auf die Wiener des Bösen. Leite die Sitzung des Beines gegen seine eigenen Diener. Und verstraße sie mit deinem rechtschaffenen Zorn. Auf dass sie bis in alle Ewigkeit in der Hölle schmoren. Okay. Ich glaube, die haben nicht verstanden, dass sie... Nein! Ihr werdet niemals siegen. Solange unser Glaube und seine Heilige so totes stehen. Gott, rette uns und behüte uns vor dem Auge da. Ist der tot? Und schlägte seinen giftigen Arm zum Namens Elektrizität von uns ab. Und behüte uns vor dem Fluch der Technologie, den dieser Atemkrieg. Keine Ahnung, was das ist. Dein Wort und dein Willen zu sein. Also es sind so Energiekugeln hier. Durch deinem Sinn, da hat China und Dämonen zu vernichten. Und auf dem Schlachtfeld zu tun. Sie sind weg! What the fuck? Die Dämonen sind weg! Sie wurden von unserem wahren Glauben vertrieben. Wir haben die Prüfer gestanden. Gott stehe uns bei! Der Herr hat uns behütet! Unser Herr, der Herrscher über Himmel und Erde. Höre unseren Lob gesagt. Denn du hast uns erweckt! Der macht ihn. Der macht ihn. Der macht ein normales Kreuz. Diese Dämonen der Elektrizität! Sagt an die Schöpfe zu vermann! Soll er doch im Fisch vormachen! Deine Macht wird hier auf Erden bestätigt, wie auch du sie im Himmel bestätigt hast. Amen! Ich habe das Gefühl, euer Licht ist aus. Okay, krass. Also, die haben es irgendwie geschafft. Die haben es echt irgendwie hinbekommen. Respekt! Das war Thor. Odin hat keinen Blitz. Wenn die Leute anfangen, über Götter zu sprechen und denken, Odin hat einen Blitz. Nein, hat er nicht. Odin hat keinen Blitz. Odin hat einen... ein Pferd, beispielsweise. Ohne hat er sich an einem Baum erhängt. Thor, genau. Gut, also denen geht es gut, habe ich das Gefühl. Die haben gezeigt, wie man die Dinger auflöst. Ich könnte auch mal rüber. Müssen hier nochmal gucken. Waren wir hier schon mal? Waren wir hier... Stimmt! Flash! Es könnte auch ein Flash gewesen sein. Oder der Flash. Denen geht es gut, habe ich das Gefühl. Okay, also wir haben... unseren Kumpel ja noch nicht getroffen. Ich mache einfach mal das Licht an. Einfach nur, um Leute zu verwirren. Okay. Ich bin jetzt gerade der Flash. Also, ich bin geflasht. Gott. Ich sag lieber gar nichts mehr. Oh. Der könnte die grillen. Der Kugelblitz, haben wir ja gerade gesehen. Ah ja genau, und hier sind die Gräber. So war das. Okay, also wir sind wieder... beim Kumpel... Die stehen genau nebeneinander, alles klar. Okay. Also dann haben wir hier sonst nichts. Wir kommen hier natürlich jetzt auch nicht rüber. Wir kommen hier durch. Und können hier rüber. Perfekt. Und jetzt müssen wir auf die andere Seite. So mein Gefühl. Also auf die andere Seite ist jetzt... Äh, ich könnte mich auch anders... Oh, hier ist so ein schöner Film drauf. Oh lecker. Nein. Auf dich zu drehen, Alter. Okay. So. Und jetzt düdeln wir da rein. Komm. Uh, das war knapp. Kann der auch schneller? Oder ist das so... Scheiß drauf. Ach, jetzt sind wir unter der Halle. Ah. Bei Tim und Struppi habe ich das gelernt, was ein Kugelblitz ist. Von Professor Bienlein. Was, 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 was? Der in einem Heft von einem Kugelblitz erschreckt wurde und dann geklärt hat total komisch, dass ich mich genau daran erinnere. Dwin, du bist komisch. Hab ich dir das schon mal gesagt? Oder ist das was Neues? Okay. Oh. Die Anlage sieht nicht mehr im neuesten Zustand aus. Sag mir mein Gefühl. Ein bisschen Sorge habe ich schon. Und hier sind die ganzen Leute erhangen worden. Ich glaube, die mögen mich nicht. Die grunsen mich an. Mami. Nee. Nee, alt bekannt. Das hätte ich mir schon gedacht. Oh, wie war dein Tag heute, Dwin? Erzähl mal. Würde mich interessieren. Dieser Gurt würde mich interessieren. Ah. Der hatte noch ein bisschen Schrotze dabei. Wo haben wir denn? Okay, ich hoffe, wir sind richtig. Okay. Mh. Nehmen wir mal ein paar leuchtende Pilze mit. Der Dwin mag das ja. Leuchtende Pilze. Die sprechen meine Sprache. Aua. Ey, Bobo. Ja, aber weißt du, Dwin, die sehen aus wie du. Ich glaube, das ist halt der Punkt. Ich glaube, deswegen können die auch meine Sprache sprechen. Würde ich jetzt so spontan mal behaupten. Ah, der ist tot. Was? Alles klar. Ich wollte eigentlich gerade das hier machen. Und schieße natürlich. Also, du sprichst ja auch meine Sprache, wenn du verstehst, was ich hinaus will. Okay, hier komme ich auch rein. Ah, mit dem Schlüssel. Viel Spaß. Okay, es war anscheinend sehr gut. Wie ich es jetzt mitbekommen habe. Was hast du denn gemacht, Dwin? Hm. Uh, die Night Vision. Ja. Viel zu abgemagert. Uh, 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 uh. Guck mal, wie gut wir sehen können. Die haben das aber auch geändert. Jetzt kann man das halt so an- und ausmachen. Oh. Das ist dann wohl deren Friedhof, würde ich sagen. Oh. Da hat jemand noch Zeug gelassen. Machen wir einfach alles aus. Krass. Buddeln die die Leute auch wieder aus, oder wie ist denn das hier geregelt? Hä? Okay. Okay. Dann machen wir zu. Klappe zu, Affe tot. Oh, das ist falsch, wenn man... Nein. Das ist falsch, wenn man... Wenn man das auf dem Friedhof sagt. Ne, 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 ne. Ich nehme es wieder zurück. Oje, oje, oje. Das hört sich mehr als falsch an. Hier ist zu. Hab ich verstanden. Okay. Von der anderen Seite. Das heißt, wir bekommen einfach das Ding früher, oder was? Wir müssen den anderen Weg gehen. Ich verstehe. Ne, paar werden beerdigt, ein paar gehängt und ein paar werden... Äh, tot, naja. Ein paar werden halt... Ja, ein paar sind halt da. Okay. Ah. Fast richtig. Sehr schön. Es ist mir sehr unsicher hier. Und es hat ein paar Tiere aufgeschreckt, oder so. Okay, hier komme ich nicht. Hier ist es besser, wenn ich nicht durchgehe. Oh nein. Stehst du? Oh. Jetzt ist es weg. Oh, neue Sachen. Ich muss... Ich hab eine Granate gefunden. Eine Granate finden ist hier... Eine sehr gute Sache. Gerade, wenn wir gleich wahrscheinlich gegen eine Menge... Was? Oh, ein ADAC Überschlag... Was? Überschlagssimulator. Du musst dein Auto reinfahren und dich dann ansteigen und dann drehen. Alter, wie übel muss das denn sein? Stell dir mal vor, du fängst dann da drin. Ähm... Halt dich fest! Ah. Jetzt weiß ich... Aua. Du behinderter Fisch. Ich würde dem jetzt gerne so eine Granate in den Mund stecken. Habe gehört, das soll... Solchen Viechern ganz gut tun. Aktion! 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 Bitte kommen! Dein Signal wird schwerer! Ja, das... Verstehe ich. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass... Ihr mich nicht mehr hören könnt. Solang... Mein Ding hier funktioniert... Ist alles gut. Was? Ich spreche wieder von Dingen. Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht mehr ganz... Ding. Was? Ih... Hier können wir hoch. Genau, die Pixelart-Dinger... Das macht der... Äh... Shitrex tatsächlich gerne. Einmal her und einmal was bekommt. Danke. Kaum bist du da, läuft's. Oh oh. Kuschelparty? Nein. Willkommen, Aktion! Kannst du mich hören? Ende! Aktion, bitte kommen! Bitte kommen! Mhm. Ich habe das Gefühl, ich werde... Ich ersch... Ich erschieße... Twins. Äh... Nein. Äh... Äh... Aua. Was macht denn... Ihr alle hier? Was sind das für eine Party? Ähm... Ey Kumpel, guck mal. Wir können uns doch einigen. So zum Beispiel. Ich muss hier gleich noch gegen den Endboss kämpfen, ja? Oh oh. Also ich denke mal, wir müssen gegen den großen Fisch kämpfen. Ich... Oh. Wir müssen schon aufladen. Okay, das Ding frisst sehr viel Strom, wie ich merke. Äh... Okay, wir müssen hier drunter. Uh. Ja. Hallo Kumpel. Habe gehört, du hast Mundguli. Guli. Mhm. Ich lebe noch. Macht euch mal keinen Kopf. Wir müssen runter. Ja, die können uns nicht hören. Wir können sie hören. Das ist glaube ich so der... The Running Point oder so. Das ist eigentlich Running Point. Nachladen und hoch. Hast du nachgeladen? Nein. Jetzt. Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ich wollte etwas gerade zu Pixelart sagen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich sag nie wieder etwas zu Pixelart. Alles gut. Ich glaube, das Vieh mag es nicht. Na, guck mal da. Guck mal, ein Behindie. Was? Entwinnen. Oh, ich muss nachladen. Also. Strom, ne? Da kommt wieder was. Oh, das kommt wieder. Oh. Oh, haue, haue, haue. Ich glaube, das Ding mag uns nicht. Ich weiß nicht, woher ich das entnehme. Oh. Alex ist heute richtig beleidigt. Wann bin ich das nicht? Oder wann hast... Warum verpasst du das immer? Alter, wir bist dich. Dummer. Dummer. Dummer Sack. Oh, oh. Es sind zu viele. Mutti. Oh Gott. Das war keine geile Idee gerade. Was? In Person bin ich das nicht? Oh. 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 Hallo. Ich hab den gehauen. Oh. Uh. Uh, da hinten ist irgendwie eine Treppe oder so gewesen. Oder irgendwas gewesen, wo ich durch konnte, oder? Nein. Dann schau. Bruder muss los. Aua. NEIN! Das war Glück und Unglück. Oh fuck, nachladen, nachladen, doppelt, aua, du Spargo, du Spargo naut. Alles klar. Der ist tot, der ist tot. Okay, also das war jetzt mehr als überraschend für mich, weil ich eigentlich nicht auf sowas gehofft habe. Okay, hier kommen wir auch gar nicht weiter. Ach, wir werden hier runtergerannt, ach du Sch... Egal. Ah, nein, nicht... Nein, 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 anziehen, anziehen. Na fuck. Untertitelung des ZDF, 2020